Was bitte will die von mir? Ist doch voll gut, wenn ich mich selber sehe. Ich habe mich eben erkannt. Gut, okay, also, was sehe ich? Ich sehe, das sind ein paar Dealer und die Polizei, die die gleich ausweist. Und ein alter, armer, einsamer Mann, der in die Büsche kackt. Und da bin ich wieder. Super Arschloch. Ein Arschloch mit eigenem, sauberem Klo zum Reinkacken. Mit Spülung und gelbem Mercedes und einem Land mit Gesundheitssystem, das Annette bezahlt, damit ich noch mehr auf Kosten der anderen vor mich hinjammern kann. Dabei ersaufen Leute im Mittelmeer. Gletscherschmelzen, Mutti, Schwulenherrsch, Vergewaltigung, Leinenzwang am Schlachtensee, Vogelgrip, E-Hack, IS, NSA, NSU, INDM, Egida, Monsanto. Die ganze Stadt tanzt und rutscht. Ich werde es noch nicht weitermachen. Ich muss was tun. Was Selbstloses. Eine große Geste. Ich werde bei Mama aussehen.